Du möchtest Teil der TechTracks HD Community sein und dich mit Leuten austauschen, die sich auch für Multimedia, Gaming und IT-Technik interessieren? Vielleicht hast du auch ein paar Fragen oder möchtest einen Videovorschlag machen? Dann solltest du dir unseren Discord-Server mal genauer anschauen. Dort findest du eine Vielzahl an Menschen, die Teil der TechTracks HD Community sind, aber auch Bereiche für Tipps und Tricks. Den Link zu unserem Discord-Server findest du unten in der Videobeschreibung. Ja, ich grüße euch hier auf TechTracks HD zu einem neuen Video. Und ich grüße euch zu einem neuen Tech-Test-Video hier auf meinem Kanal. Und heute müssen wir über AGs B1 OLED TV sprechen. Und zwar hat diese eine neue Firmware-Version in der Version 03.33.11 erhalten, wo ich ganz dringend mit euch darüber sprechen möchte. Für den AG C1 und G1 ist dieses Update auch schon erschienen. Dafür habe ich ja schon vor kurzem ein Video gemacht. Das verlinke ich euch oben in der Infobox. Ja, der AG B1 hat, wie gesagt, dieses Update auch erhalten. Und dementsprechend war ich ziemlich neugierig, da der C1 und G1 ein ordentliches Bild-Update bekommen hat, wie sich das jetzt beim B1 verhält. Und das habe ich für euch zusammengesammelt hier in diesem Video und möchte euch das jetzt hier präsentieren. Ja, wenn euch das gefällt, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, lehnt euch zurück und ich lege los. Ja, mit der Firmware-Version 03.33.11 hat AG das neue Firmware-Update jetzt nun auch für den AG B1 veröffentlicht. Und da schauen wir doch mal, was hat sich jetzt genau verändert. Beim AG C1 und G1 hat sich ja einiges getan. Wir haben ein besseres Dynamic Tor-Mapping bekommen, wir haben eine bessere Farbdarstellung bekommen, als auch der Auto-Brightness-Limiter wurde verbessert. Und diese Dinge habe ich mir jetzt beim AG B1 auch angeschaut. Ich habe mich jetzt aber hier nur auf die Bildqualität als solches konzentriert. Irgendwelche Software-Veränderungen in Form von Performance-Verbesserungen als auch irgendwelche neuen Menüs habe ich jetzt hier in diesem Video mal ausgespart. Falls ihr da Informationen haben wollt, schaut einfach das C1 und G1-Video. Gut, fangen wir an mit der Bildqualität. Also bei der Bildqualität ist es so, wenn wir uns jetzt die Grundqualität des B1 anschauen im Verhältnis zu vorher, hat sich da nicht großartig was getan. Also das ist genauso wie beim C1 und G1. Auf den ersten Blick denkt man, okay, was hat sich denn jetzt hier getan? Hier ist eigentlich nichts viel besser. Wenn wir aber jetzt ins Detail gehen, ist es genauso wie beim C1 und G1 haben wir schon einige Verbesserungen erfahren. So, und die erste Verbesserung ist jetzt auch hier wieder die Near Black Performance beziehungsweise das Black Rush wurde beim B1 deutlich verbessert. In meinem Review-Video habe ich damals ja das groß kritisiert, dass der AG B1 ein ziemliches Problem hat mit der Near Black Performance, mit der nahen Schwarzdarstellung. Das hat LG jetzt mit der neuen Firmware verbessert, genauso wie beim C1, welcher auch dieses Problem hatte. hat der B1 jetzt nun auch hier eine Verbesserung erfahren. Somit haben wir natürlich im SDR, HDR als auch Dolby Vision Betrieb eine deutlich bessere Durchzeichnung von Details im dunklen Bildbereich. Und das ist natürlich eine sehr nette Sache. Und da muss ich sagen, das hat mich auch sehr überrascht und sehr gefreut für den B1, dass LG hier auf jeden Fall diese Pixelansteuerung deutlich verbessert hat und somit eine deutlich bessere Near Black Performance erzielen kann. Und wir mit damit natürlich auch im SDR, HDR und Dolby Vision Betrieb eine viel detailreichere Darstellung bekommen haben. Ja, das mit der Near Black Performance oder dem besseren Black Crush, das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an und das hat auch der B1 auf jeden Fall benötigt. Beim AG C1 und G1 wurde ja auch die HDR-Qualität deutlich verbessert. Vor allem die HDR-Grundhelligkeit, die HDR-Darstellung im Kontrast ist ja deutlich besser geworden als mit dem Update zuvor. Und jetzt ist natürlich interessant, wie sich das beim B1 verhält, der der B1 ja eine grundlegend niedrige HDR-Helligkeit an sich liefert. Und da ist es natürlich interessant, inwieweit sich das Dynamic Tor Mapping als auch der Auto Brightness Limiter verbessert hat. Beim C1 und G1 wurde das Dynamic Tor Mapping ja deutlich verbessert. Da habe ich auch ganz leise gesagt, es könnte das Dynamic Tor Mapping Pro des C2 und G2 sein. Ist natürlich nicht offiziell, sieht aber auf jeden Fall ziemlich ähnlich aus. Ja, wie sieht denn jetzt das Dynamic Tor Mapping beim B1 aus? Naja, hier muss ich schon sagen, hier sind wir stark am Limit des Fernsehs. Ich glaube, hier hat AG auch einfach eine, ja ich sag mal, eine Modellentscheidung getroffen. Das Dynamic Tor Mapping hat effektiv kein großes Update bekommen im Vergleich zur vorher Version. Ich habe jetzt hier einfach mal für 1500 Nits ein Vergleichbild geschossen. Da sieht man, es ist kein großer Unterschied. Bei 2000 Nits haben wir auch tatsächlich das Problem, dass hier sich die Details ausbrennen. Ich habe mir jetzt die Fotografie hier in diesem Fall mal erspart, da meine Kamera hier den Unterschied auch nicht mehr groß einfangen konnte. Es ist schon so, dass das Dynamic Tor Mapping beim B1 sich verbessert hat, aber diese super krasse Verbesserung, die der C1 und G1 erfahren hat, das haben wir jetzt beim AG B1 leider nicht. Ich glaube, hier sind wir auch einfach am Limit des Panels angekommen, da der B1 ein älteres Panel von 2019, 2020 verwendet, welches natürlich hier eine technische Limitation hat. Beim C1 und G1 ist es ja inzwischen durchaus ein Evo-Panel, was hier natürlich nochmal deutlich andere Möglichkeiten bietet. Das ist auf jeden Fall ganz klar, die Dynamic Tor Mapping-Darstellung ist jetzt nicht wesentlich besser geworden und das wird auch im Alltag keinen großen Unterschied machen. Gut, machen wir jetzt weiter, was die HDR-Darstellung angeht mit dem Auto Brightness Limiter. Das ist ja auch so ein Sorgenkind beim B1. Der Auto Brightness Limiter hat ja auch in meinem Review damals ziemlich für Probleme gesorgt. Jetzt habe ich mir das jetzt mit der neuen Firma-Version angeschaut. Auch beim B1 ist es so, dass der Auto Brightness Limiter hier ziemlich schnell aussteigt. Also wir haben schon bei ungefähr 30 bis 40 Prozent Weißanteil des Bildes ein Absinken von 40 bis 50 Prozent der Helligkeitsdarstellung. Das heißt, effektiv hat es sich nicht verbessert. Vor dem Update war es genauso wie jetzt nach dem Update. Das heißt, AG hat auch beim Auto Brightness Limiter keine Verbesserung implementiert. Dementsprechend haben wir diesen HDR-Vorzug, den der C1 und G1 mit 033311 bekommen hat. Leider nicht beim B1. Das heißt, die bessere HDR-Darstellung ist dem C1 und G1 vorbehalten. Es kann natürlich sein, dass AG das noch nachpatcht. Es kann aber auch sein, dass AG hier einfach entschieden hat, dass die Kluft zwischen B1 und C1 etwas größer ist, weil diese vorher nämlich nicht so groß war. Jetzt ist die Kluft auf jeden Fall riesig zwischen B1 und C1. Das muss ich jetzt hier an dieser Stelle ganz klar und offen und ehrlich zu euch sagen, dass der Auto Brightness Limiter beim B1 jetzt nicht sonderlich verbessert wurde und sich leider immer noch auf einem ziemlich schlechten Level bewegt. Dennoch kann man hier sagen, dass die HDR-Darstellung an sich trotzdem gut ist beim AG B1. Das habe ich in meinem Review-Video auch gesagt, dass die durchaus brauchbar ist. Aber wie gesagt, diese Einschränkungen sind weiter beim AG B1 geblieben. Okay, nachdem wir uns jetzt die HDR-Qualität angeschaut haben und die Near Black Performance, machen wir weiter mit der Farbdarstellung. Der AG C1 und G1 hat hier ja auch ein ordentliches Upgrade bekommen. Wir haben ja kein HDR-Color-Bending und an sich kein Color-Bending mehr. Selbst wenn wir die glatten Abstufungen abgeschaltet haben, hat der C1 hier ein ordentliches Upgrade bekommen als auch der G1. Der B1 war hier aufgrund seines älteren Panels, was er ja so ein bisschen aus der 2020er-Generation geerbt hat, ja sowieso schon im Vorteil. Der B1 hatte ja im Verhältnis zum C1 vor deren Update ja schon eine bessere HDR-Color-Bending-Darstellung oder an sich eine bessere Farbdarstellung in den Farbhelligkeitsabstufungen. Dementsprechend ist es natürlich schwierig, hier mehr rauszuholen. Aber tatsächlich hat AG hier tatsächlich noch mehr rausgeholt und hat tatsächlich den AG B1 jetzt auf das Level des C1, G1, C2 und G2 gebracht, was das Color-Bending angeht. Das heißt, alle Fernseher sind jetzt frei vom Color-Bending. Beim B1 war es ja sowieso schon so gut wie frei. Der hatte nur so ganz leichtes Color-Bending. Dies ist jetzt auf jeden Fall beim B1 auch komplett beseitigt. Das Problem ist jetzt da auch komplett weg. Dementsprechend haben wir hier auch eine sehr gute 10-Bit-Farbdarstellung, was wir natürlich auch durchaus begrüßen können. An sich ist aber auch die Farbdarstellung beim B1 so geblieben, wie sie vorher war. Sie ist halt nicht so kräftig wie beim C1 und G1. Wir haben jetzt hier eine etwas schwächere Farbdarstellung in der Sättigung. Das haben wir so weiter behalten. Das ist aber auch wieder Panel-abhängig, dass AG hier natürlich nicht mehr viel mehr rausholen möchte und auch wahrscheinlich auch kann. Und das, weil es auch dementsprechend auch das ältere Panel ist aus 2020, 2019 und so weiter. Ich denke einfach, dass auch hier bei der Farbdarstellung eine Produktentscheidung getroffen wurde, dass die Kluft zwischen B1 und C1 entsprechend da ist, so wie sich das dann entsprechend von AG auch wahrscheinlich vorgestellt wurde. Und dementsprechend ist es bei der Farbdarstellung jetzt halt so geblieben, dass wir halt hier die weitere, etwas belastere Farbdarstellung haben im Verhältnis zum C1 oder auch des G1. Dennoch muss ich hier positiv erwähnen, dass wir auf jeden Fall hier eine bessere Colorbedding-Darstellung haben. Und das ist etwas, was man natürlich gerne mitnimmt. Okay. Ja, wie gesagt, was die Performance und irgendwelche Menüveränderungen angeht, das könnt ihr im C1 und G1 Video sehen. Ich würde jetzt sagen, ich komme jetzt hier zu einem Fazit, was den B1 angeht. Ja, also der AG B1 hat, wie gesagt, mit der Firmenversion 0.3.3.1.1 schon ein Bildqualitätsupdate bekommen. Das kann man hier an dieser Stelle auf jeden Fall sagen. Vor allem, was die Near Black Performance angeht, da ist der AG B1 jetzt auf dem Level des C1, G1, C2 und G2. Definitiv kann man das so sagen. Ist auch sehr gut. Dadurch haben wir auch schon eine deutlich bessere Bildqualität erhalten. Das könnt ihr nicht unterschätzen. Eine bessere Near Black Performance ist beim OLED wirklich ein Segen. Dadurch habt ihr eine wesentlich bessere Bildqualität. Das möchte ich an dieser Stelle sagen, falls ihr jetzt ein bisschen enttäuscht aus diesem Video rausgeht. Enttäuscht kann man tatsächlich bei der HDR-Darstellung sein, aber das ist tatsächlich wohl auch dem Panel geschuldet. Wir haben hier ein klassisches OLED-Panel, was aus 2019, 2020 stammt, welches natürlich an seinem Limit fährt. Dementsprechend ist aus dem Dynamic Tourmapping nicht mehr viel rauszuholen, als auch beim Auto-Wideness-Limiter. Wobei bei dem ich schon ein bisschen glaube, dass das eine Produktentscheidung ist. Sicherlich wäre da noch ein bisschen mehr möglich gewesen, da beim CX von 2020 da auch mehr möglich ist. Aber dazu in dem jeweiligen CX-Video. Auf jeden Fall, das ist so eine Sache, da kann man schon sagen, hätte man vielleicht ein bisschen mehr machen können. Ich denke aber auch, dass AG hier eine Produktentscheidung getroffen hat. Was die Farbdarstellung angeht, da hat AG hier, finde ich sehr schön, nochmal ein bisschen nachgelegt, was die Colorbanding-Darstellung angeht. Colorbanding ist ja ein durchaus hässlicher Effekt, den wir jetzt hier auch komplett beseitigt haben. Und das ist eine sehr feine Sache. Dementsprechend haben auch die B1-Besitzer jetzt die schöne reine Farbdarstellung des C1 und G1 bzw. C2 und G2. Ja, das auf jeden Fall als Fazit. Die B1-Besitzer können sich auf jeden Fall freuen. Ihr habt auch ein ordentliches Update für euren B1 erhalten. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr solcher spannenden Firmware-Analysen-Videos sehen wollt, dann solltet ihr ein kostenloses Abonnieren meines Kanals nicht vergessen, sowie das Aktivieren der Glocke. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall eine schöne Ole-Zeit und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!